Ist alles okay? Wie heißen Sie? Gib mir einen Namen. Ist alles in Ordnung? Ich hoffe, Sie können mir vergeben. Lass uns weiterspielen. Für mich ist das kein Spiel. Dieser Kerl hat einen Kopf abgeknallt. Das kann Menschenleben kosten. Die Sache ist ernst, Männer. Ich fühle mich nicht gut dabei. Das ist ein gutes Zeichen, wenn du dich dabei schlecht fühlst. Wir müssen uns trennen. Wir können es bis nach Kanada schaffen, aber so lange bin ich nicht mehr dein Bruder. Gestern wurde spätabends ein illegales Casino überfallen. Meine Eltern, sie wohnen dicht an der Grenze. Er nimmt mich mit nach Norden. Mein Bruder hat den Teufel getötet. Der Weg zum Schluss. Diese Sendung wurde verabhängig. Wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns im Auftrag des ZDF. Bis zum Schluss. Wir sehen uns bald wieder. Der Weg zum Schluss. Die Ziehmonne-Jahre. Der Weg zum Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020